Scheiße! Ja, Gesand, du bist halt ein Übermensch. Da kann man auch nichts daran ändern. Die drin, ne? Äh, was wir sehen. Wo war ich? Ich hatte doch einen Shortcut auch auf mich gelegt. Eigentlich. Das ist ja voll geil. Ist das irgendwas in so einem Käfig? Das Ding, was ich bei mir links in der Hand halte, mal Lungen. Dann hast du einen sogenannten Lohn-Spawner gefunden. Ja. Die Spawner sind generell diese Gitterblöcke mit dem drehenden Etwas drin. Oh, ich hab ihn kaputt gemacht. Nein, was? Oh, 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 Scheiße. Okay, sche- Und vor allen Dingen bist du unfehlgeschlagen, weil der Hubschrauber wurde stehen gelassen. Nicht, weil ich mich schon gebracht habe. Okay, okay. Okay. Ich nehme jetzt nicht diesen alten VW-Bus. Das sehe ich nicht ein, dann klaue ich mir lieber eins. Also das ist ein bisschen unter meiner Würde hier, was hier gerade läuft. Komm. Du bist eh hässlich. Du brauchst das Auto nicht. Ich hab dann gesehen, dass da jemand ist, der irgendwie links an mir vorbei will. Und da hab ich gedacht, nein, du kommst jetzt nicht an mir vorbei. Und dann hast du mich voll weggedrückt. Ah, Chili-Milli. Jetzt sitzt ihr... Im Endeffekt hab ich jetzt den Schaden. Du bist ja noch drin. Ja, du bist ja noch ein paar... Ja, ja. Liegstens weiß ich jetzt, dass der Chip noch funktioniert. Ja, die haben es irgendwie auf mich gerade abgesehen. Oh. Oh, wow. Mir fehlen rechts zwei Reifen. Oh, oh. Oh. Oh, please. Come on. Also das war jetzt aber auch wirklich ein unfairer Tod, Leute. Vorstauf kaufen sollen. Ich hab Riki wirklich, wirklich unterschätzt. Und ich hab den gefeedet. Ja. Da sind wir schon. Herald 6. Yay. Gut, ich glaub das letzte Mal war ich drei oder vier. Ich weiß es nicht mehr, ob ich eingerinkt worden bin. Schade. Vielleicht aktiviert es sich ja jetzt mit Franklin. Eingeparkt. Genauso mach ich das in Real Life auch immer. Oh, fuck. Verzielt. Verzielt. Wo ich gerade beschlossen hab, nicht mehr runter zu gehen. Jetzt wollen sie da unten teamfighten. Mein Unverständnis. Ich hab grad selber nicht verstanden, was ich da in meinem nicht vorhandenen Bad gepappelt hab. Es ist alles schlimme Tod. Es ist wirklich alles schlimme Tod gerade. Oh, was passiert auch im echten Ding? Das ist alles schlimme Tod. Oh. Oh. Alter. Scheiße. Oh. 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 Nicht alles. Oh. 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 Ja. Dann ist meine Nase auch immer zu und und dann dann schnüffel ich auch. Oh. 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 Was will er mir denn damit sagen? Oh mein Gott. Okay, das ist schon wieder irgendwie cute. Oh mein Gott. Wie will ich das sagen? Ja, wir wählen die Unterwäsche nach der Augenfarbe aus. So wie sich das gehört. Meine Unterwäsche ist auch komplett braun. Tatsächlich mag ich Leder ganz gerne. Möge ich mich selbst und das Team sich ficken. Und das Gegnerteam möge dasselbe tun. Oder so. Wenn ihr eine Frau ins Bett bekommen wollt, dann haut ihr am Abend mehrfach auf den Hintern, weil das macht die so weich und geschmeidig. Also nicht den Hintern, sondern die ganze Frau. Und dann kommt die ganze Frau auch irgendwann mit euch ins Bett. Das funktioniert. 100 Pro Tipps von Lumi. Das Game ist spannend. Ohne Scheiß. Wir sind genauso blöd wie unsere Gegner. Das macht echt Spaß gerade. Also wenn ihr überlegen seid, ne? Also pass auf, jetzt kommen die richtigen Hardcore-Tipps. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das Spiel zu beenden oder zu gewinnen oder Roche zu machen oder irgendwie sowas. Irgendwas richtig Gutes zu reißen. Dann bedeutet das, dass ihr signifikant stärker seid als der Gegner. Das ist ja irgendwie offensichtlich. Und ein signifikant leichterer Gegner ist langweilig. Deswegen wird es in diesem Moment essentiell notwendig, zu sterben. Und zwar sehr oft und sehr viel am Stück. Das sorgt nämlich dann wieder für ein auswirkliches Spielerlebnis. Und das macht alle Beteiligten in dem Spiel viel fröhlicher. So spielt Mandota. So spielt Mandota. Ich bin gar Arschlöcher, aber nur in einer bestimmten Voraussetzung. Fick dich, Felix. Ja, verschluckt er das nicht. Geschieht dir recht. Ich kann mal ab und an mal unsere vielen TPs benutzen. Dann tut es mir halt jetzt auch nichts mehr. Zum Nightcore. Oh Gott, was war denn noch gleich Nightcore? Ich weiß nicht, ob ich da... Ich glaube, ich bin kein kompetenter Ansprechpartner. Es hat tatsächlich funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Ein verliebtes Sifti. So schön. Dann kuschel schön. Lass dich von uns nicht ärgern. Ich würde gern mitmachen. Ich würde gern mitmachen! Und jetzt soll ich den denyen, ja? Das geht gar nicht. Kann ich drauf kämpfen. Ich glaube, ich fliege drauf. Ich auch. Ich habe stampelt. Ich auch gerade. Es kommt jetzt aber bitte hoffentlich nicht, weil ich gerade einen Iron Branch hinein wollte. Was komme ich da nicht ruhig? Jetzt ernsthaft? Einen blöden Mangobaum? Oh. Geil! Geil! Me-held! Me-Mega-hero! Ja, aber da wäre ich ja quasi schon wieder in diesem Sexworker-Prostitutions-Gewerbe drin. Und ich weiß nicht ganz, ob ich das wirklich so ausbauen möchte, dass Leute meine Miete zahlen. Ja, siehst du, Felpka, das geht mir bei anderen Streams aber auch so. Ich gucke Streams in der Regel auch zu, sagen wir mal, zu 90 Prozent, weil ich irgendwie, ähm, Spaß an dem Stream habe und an den Menschen, die dort sind. Und es gibt so ein paar einzelne Streams, die gucke ich tatsächlich, um was dazuzulernen, aber das ist das... Kannst du an einer Hand halt abzählen. Yo, genau! Benutz halt einfach deine Ulti nur für mich. Ja, mit deinem dicken, langen, scharfen Schwert. Okay. Warte mal, so. Ist du schon tot? Bin ich schon tot? Will ich mal eine Leiche plündern? Warum habe ich jetzt eine Leiche am Bein kleben? Ah! Ich habe ja jetzt ein Kristall bekommen dafür, dass ich, dass ich ohne zu sterben da irgendwie überlegt habe. Überlebt habe. Komm her mit deiner Riesenkeule. Gib's mir! Gib's mir, Digger! Fuck it. Ich habe gesagt, er soll es mir geben. Du bist mir dreckig. Aber, ja, Sift Storm Spirit. Hulala. Da wird Lumi ganz anders im Höschen. Mhm, mhm, mhm. Darf ich sowas noch sagen? Du bist vergeben, scheiße. Leute, wenn wir hier ein Multiling haben, könnt ihr mal kurz vergleichen, ob ich näher oder weniger nah an der Decke bin als Lumi? Ich glaube nicht, dass du diese Ansicht hier oben hast. Und deshalb, ich weiß mich, fick mich, leck mich zärtlich, mach schon, Arschloch, fick mich, fertig. Ja. Oh mein Gott, das macht Geräusche. Okay, ich gebe zu, mit Geräuschen ist das Spiel ein Ticken cooler. Okay, warte mal. Warte mal, der macht mich Kira. Oh ja, genau, genau, wir machen die Ultines niemals Land. Weil da so viele Leute stehen. Da Ben nicht wirklich Dota spielt und Spro schon, würde ich eher Ben vertrauen. Konsens gekommen und alles tutti. Ja, Rose for Horses. Moment mal, der Konsens ist nicht, äh, nee. Moment, von dem Konsens weiß ich nix. Hm? If only these worthless humans could fight as well as they die. Und vorher muss ich euch noch was erzählen, weil ich im Stream ja immer ganz, ganz offen über ganz, ganz viele Dinge über mein Leben rede. Deswegen machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Ich bin jetzt vergeben. So. Oh, oh fuck. Das hat jetzt, das hat, das hat, das hat, das hat niemand gesehen, dass ich da zu, was habe ich denn für Zuckungen heute in der linken Hand? Auf zu lachen, Lucky. Und pssst. Ich geholt. Ich geholt. Ich geholt. Das heißt, sie werden, oh mein, er hat sich nicht gekriegt. Aber Angst vor mir. Okay, ich hoffe, wir pssst, ich bau mir gleich ne Freude. Lauf. 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 Ich bin auf dem Weg. Kriegen wir auch noch. Danke. Ihr macht das, weil dann pssch ich top-toe. Sehr nice. Ich kau nicht, ich lutsche. Die hier finden. Wobei. Raus da, raus da, raus da. Wow, du hast ordentlich viel. Da muss ich mir noch was für 100.000 ausdenken. Dark Souls stream. Zu deiner gewünschten Uhrzeit oder so ein Käse. Na, hab ich nicht laut gesagt. Geht nicht. Ich mach mir Kaffee. Ich flödel ja auch schon immer. Ich hab mich schon bei manchen Sachen, glaub ich, mehr prostituiert, als jede Prostituierte.